Luka Henni und seine Verlobte Christina Luft werden von einer Stockerin verfolgt und bedroht. Bei einem Auftritt kam es nun zum Eklat. Die Frau wurde festgenommen. Ende vergangenen Jahres teilten DSDS-Sieger Luka Henni und Let's Dance-Star Christina Luft ein besorgniserregendes Statement mit ihren Fans. Leider hat eine gewisse Frau Z-Sternchen in letzter Zeit wohl nichts anderes zu tun, als uns tagtäglich zu belästigen, teilte das Paar mit. Die Stockerin würde die beiden immer wieder bei Werbepartnern und Konzertveranstaltern schlechtmache, Unwahrheiten verbreiten und Drohungen aussprechen. Die Frau soll Henni bereits seit mehreren Jahren auflauern, was seit dem Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2020 auch seine Verlobte betreffe. Immer wieder hätten der Schweizer Sänger und die Profitänzerin Hilfe bei Anwälten und der Polizei gesucht. Es dauert aber leider beim Thema Stocking sehr lange. Bis etwas passiert, schrieb das Paar damals in seinem Statement. Die Angelegenheit sei absolut ernst und keinesfalls lustig. Nun ist es offenbar zum Eklat gekommen. Bei der Schweizer TV-Show Don Stichias, bei der Henni und Luft vor wenigen Tagen zu Gast waren, löste die 23-jährige Frau einen Polizeieinsatz aus. Wie unter anderem Blick berichtete, soll die Stockerin hinter den Kulissen festgenommen worden sein. Das SRF bestätigte dem Blatt. Dass es bei der Sendung Don Stichias in Unterschätchen zu einem Polizeieinsatz kam. Die Beamten seien gerufen worden, da bei der Show ein aktuelles Rajon-Verbot missachtet wurde, auch Fernhalteverfügung genannt. Mittlerweile ist die Frau wieder auf freiem Fuß. Welche Konsequenzen ihr drohen, ist nicht bekannt. Luca Henni und Christina Luft äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall. Der Sänger steht seit mehr als zehn Jahren in der Öffentlichkeit. 2012 gewann er die neunte Staffel von Deutschland sucht den Superstar. 2020 machte er dann bei Let's Dance mit und verliebte sich in seiner Tanzpartnerin Christina Luft. Die Profitänzerin gehört seit 2017 fest zum Team der RTL-Show. Mit Luca Henni belegte sie damals den dritten Platz. Untertitelung des ZDF für funk. Untertitelung des ZDF, 2020